Okay, wieder dabei. Oblivion OHG. Für heute geschlossen. Das ist aber toll. Oh cool, mein Mass Effect 3 Download hat nur noch... hat schon 69%. Ja? Noch 30%? Soll ich so lange kommen? Nein, ich hätte auch keinen Fall. Nein, ich hätte auch keinen Fall. Nein, ich hätte auch keinen Fall. Hier, was der... k im schuld die die tschuldigung und und ein die abgenommen ich habe schon ein gemeldet im nasen so nah sind prediktion zum bau genehm ach so ja kann ich wahrscheinlich kann ich auch nur ich habe keine gelde dafür hast du geld dafür 60.000 ich habe gerade 33.500 einwohner von sam kio finden jobs in annustown das ist jetzt gut oder schlecht das ist gut ich glaube nach der folge jetzt noch in den 15 minuten mache ich mache mir mal aufnahme pause ich muss nicht noch was tun macht das später wenn wir aufnahmen beendet haben jan ok jan ist dabei also so gerne ist wieder weggegangen ich habe keinen plan was ich machen soll ich verstehe was du mit uns sagen will hier warte darauf dass abholschicht anfängt das war zu weit ja klar nein erst wenn die 15 minuten vorbei sind ich meine die nächsten jetzt beste er mal gerade dabei sind zehn minuten ok region per boot ist auf dem weg in die region ja ich mache noch einen hafen wenn ich eine links abteilung Na gut, bei uns gab es vorhin auch Kuchen. Wenn mein Handy klingelt, sind die... Okay, legt vielleicht mal ein Ding an die Kopfhörer. Ah, ne, die Headset. Hm, aber da hinten sind die ganzen Trümmer. Nicht genug, Abnehmer, nicht genug, Abnehmer, nicht genug, Abnehmer, noch rumzumengelang. Ah. Ja, so ist es halt. Für so ein Spiel braucht man echt Geduld. Geduld, die ich nicht habe. Müssen wir halt warten. Ja, warten ist eine miese Sache. Klingel kann raus ohne Strom. Was? Ohne Strom. Was soll denn der Scheiß? Wo fehlt denn der Strom? Warum ist da unten kein Strom? Ich würde mich jetzt mal interessieren. Helfer рай leuk. Nein, aber glaub ich, wie ich spreche, Gott tut angeren okeig. Was soll einer noch nie tun ans realizieren, soll ich ganz ehrlich sagen. So. Ein Feld finde ich gut. Doch, doch, das passt, das reicht für die ganze Stadt. Hm. Hm. Da hinten kann man noch Wohngebiete hinbohren. So. 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 das Kuchen essen und ich muss hier hungern, das finde ich ein bisschen unfärm. Ich weiß gar nicht was ich so alles erzählen soll, es gibt nicht viel zu erzählen. Normalerweise kommentiert man ja das Spiel, aber hier gibt es nicht viel zu kommentieren. Außer dass hier halt ein Haus zu verkaufen ist, aber sonst hast du nicht wirklich viel. Mhm. Was ist mit dem Shopping-Angebot in dieser Stadt? Die braucht Shopping! Oh, das bekommt sie aber. Ich hoffe, ich bitte schön. Und irgendwas ist gut. Mhm. So, jetzt müsst ihr euch alles wieder passen. Verbrennt einige Kalorien nicht schlecht. Alles so gut. Da hinten kann man noch ein bisschen an die Straße lohnen. So, da kann ich hier noch ein paar... Wer... Oh, 73. Not bad, not bad. Die Leute, so hohe Mieten. Ja, ist klar Mieten. Ist klar. Ja. 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 Hmmmm Just kann ich sein Ich hoffe das gegen den Strom her, ich hab sogar Überschuss. So, guten Tag, bin ich da. Ja, hi, und hat's geschmeckt? Ja. Gut, gut. Genau, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Okay, ich mach ja noch kurz die Straßen-Upgrades fertig und dann, äh, let's beenden die Folge, ne? Ja, voll gut. Oh, Strom knapp halt. Scheiße. Mega fit ist Strom knapp halt. Okay. Also dann. Also. Ciao.